Ja gut, meine Kette macht jetzt keinen Schaden, also, äh, zum Thema Agro und so. Ich hab anders Schaden gekriegt, aber es hat auch weh. Ja. Gut. Werf nochmal Buff-Hoot, Wolf, wenn ihr es mehr habt. Und mein Zoom ist gerade ausgelaucht. Wir gehen nicht drauf ein, dass ich Garnier-Tuch weise. Ja, eigentlich, ich werf, ich hab Phönix-Hosen geworfen, also. Hm. Ich hab kein, äh, den Buff-Hoot jetzt geworfen. Das spart mir. Ich hab Phönix-Hose drin. Genell, Tuch. Wird das Green nur für den Blau, der den Stachel bekommt? Ja. Okay. So, meiner ist jetzt blau. Okay. Dann, definitiv nicht. Ich. 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 Also, ich. 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 So machen sie den Arbeitstag wirklich besser für ihr Team. Laptops mit Intel vPro. Die haben integrierte Sicherheitsfeatures und schützen Daten ohne Unterbrechungen. Oder sie geben Snacks aus, zum Teilen, mit allen. So, übernimm mal? Ich übernehme. Übernehme. Oh. Sorry. Gesundheit. Phase beginnt. Mhm. Äh, von mir wird einer kommen. Von mir. Götti Kulle. Tenshi anwes Kanko. Ganz leidend, die Sporten funktioniert nicht. Ja, Kanko ist auf 12 Meter, ich bin auf Cranky und das passt mir gut. Kanko kommt, der, Vorsicht. Ich schau mal einen Börse. Den Eisblock musst du ja auch mitnehmen, ne? What the fuck? Ja. Cooles Stand durch erstmal. Götti hat mir 48k Schaden gemacht, guter Mann. Götti will Rudelbumsen. Mhm. 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 Was ist jetzt bei Ground Light? Mhm. Ja. Schau ich. Oha. Light. Ich habe mich Fake-Retzen in Siren in 10 Sekunden. Jo. Oh, shit. Das wird Lairay tun. Hab ich. Bei mir wird es gleich richtig scheppern, ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Wo bist du? Okay. Ist gut, Chaos hat keine Stacks mehr. Wem tragst du es mal ab, Chaos? Ja, ja, ja. Chaos ist gleich down. Ja, Ground hat gecancelt. Ja, ja. Aufzutieren. 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 Hör die Welt spannender. Alle dachten, der Rattenfänger wäre nur eine Sage. Aber es geschieht wirklich. Hier und jetzt. Hör das Audible Original Hörspiel der Rattenfänger und viele weitere exklusive Geschichten. Nur bei Audible. Das ist... Es gibt kein Zurück, denn es ist vorbei. Es ist so verrückt und es tut mir leid. Ich kann ein paar Stacks aushalten. Ich habe einen großen FCD ab. Auch. Du hast. Wollte niemals scheitern. Habe mich nur um mich gedreht. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich übernehme? Ja. Ja. Ich habe... Das habe ich nicht verstanden. Und es macht keinen Sinn. Ey, es tut mir leid, Mann. Es gibt kein Zurück, denn es ist vorbei. Es ist so verrückt und es tut mir leid. Es gibt kein Zurück, denn es ist vorbei. Es ist so verrückt und es tut mir leid. Ab. Und wenn ich daran denke, dann bricht mein Herz. Mit dem Kopf durch die Wand, Mann, ich war einfach blind, kann es nicht... Ja. Ab. 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 Ja, gut. So, komm, Stein, Stein, Stein. Genau, Stein, Stein. Mach mal Stein, mach mal Stein. Ich nicht. Nee, natürlich kein Stein. Nee, Stein. Ach, lächerlich.